Guten Tag, meine lieben Mitmenschen und herzlich willkommen am Dienstag, den 18. Oktober. Das ist das Fest des heiligen Evangelisten Lukas, der in der Reihenfolge immer der dritte ist. Mit dem Stier wird er abgebildet. Aus Antiochien in Syrien soll er kommen, also dort, wo das Christentum seinen Brückenkopf in die Heidenwelt gebildet hat. Arzt sei er gewesen. Das merkt man an seiner Liebe zu den Armen, die in seinem Evangelium sehr ausgeprägt ist. Ein schönes Griechisch hat er geschrieben. Den heiligen Paulus hat er, denke ich, selber auch behandelt, sodass Paulus zu ihm Zutrauen fasste. Lukas hat Paulus auf der zweiten und dritten Missionsreise begleitet und heute im Schlussstück des zweiten Briefs an Timotheus, wo Paulus lauter praktische Sachen und Grüße und so weiter, also so richtig aus dem Leben gegriffen macht, sagt er mit einem Nebensatz, der ist weg und der war unzuverlässig und der gefällt mir nicht, aber Lukas ist noch bei mir. Lukas ist da. Lukas ist treu. Und noch für andere Dinge können wir ihn schätzen, die Tradition, das habe ich Ihnen mal anhand des Bildes Salus Populi Romani aus der römischen Kirche Santa Maria Maggiore gezeigt, der Überlieferung nach soll er dieses Bild gemalt haben von der Mutter Gottes und das kommt daher, dass im Lukas Evangelium die Kindheitsgeschichten erzählt werden und die Mutter Gottes dort relativ viel vorkommt. Und ziemlich sicher hat er die Apostelgeschichte geschrieben und da konnte er eben aus dem Vollen schöpfen, weil er ja Gefährte Pauli bei dessen Reisen war und das aus eigener Anschauung gesehen hat und in seiner ärztlichen Genauigkeit und Nüchternheit, aber auch eben Menschenfreundlichkeit das dann aufgeschrieben hat. Also ein Evangelist, wie er im Buch steht. Und jetzt hören Sie mal aus der Warte des Völkerapostels, wie der den Lukas erlebt hat. Beeil dich, bald zu mir zu kommen. Also das, so spricht der Timotheus an seinen Apostelschüler. Denn Demas hat mich aus Liebe zu dieser Welt verlassen und ist nach Thessalonich gegangen. Kresszens ging nach Galatien, Titus nach Dalmatien. Lukas ist als einziger bei mir. Nimm Markus und bring ihn mit, denn er ist für mich nützlich zum Dienst. Tychikus habe ich nach Ephesus geschickt. Wenn du kommst, bring den Mantel mit, den ich in Troas bei Kapus gelassen habe. Auch die Bücher, vor allem die Pergamente. Alexander, der Schmied, hat mir viel Böses getan. Der Herr wird ihm vergelten, wie es seine Taten verdienen. Nimm auch du dich vor ihm in Acht, denn er hat sich unseren Worten heftig widersetzt. Bei meiner ersten Verteidigung ist niemand für mich eingetreten. Alle haben mich im Stich gelassen. Möge es ihnen nicht angerechnet werden. Aber der Herr stand mir zur Seite und gab mir Kraft, damit durch mich die Verkündigung vollendet wird und alle Völker sie hören. Und so wurde ich dem Rachen des Löwen entrissen. Der Herr wird mich allem Bösen treiben, entreißen und retten in sein himmlisches Reich. Ihm sei die Ehre in alle Ewigkeit. Amen. An dieser Ehre hat Lukas mitgeschrieben mit seinem wunderbaren Doppelwerk Evangelium und Apostelgeschichte. Und so bitten wir ihn um seine Fürsprache im Himmel für uns. Gott segne und behüte sie alle.